Jannik Gruner Pascal Thümke, Neustadt, Lupe gefahren. Perfekt. Wir müssen uns merken. Wolfgang Kurschat, auf Platz 3. Das ist Deiner, das ist 74 Jahre jung. Ich sag das, das ist ganz, ganz viel Glück. Danke gut. Beim 59. Silvesterkosten. Ich sag das jetzt schon mal, ihr seid im nächsten Jahr herzlich eingeladen, weil er bei einem Fachrentner, bei einer Fachrentnerveranstaltung, bei einem 60. dabei zu sein, auf Platz 2. Kommt aus Erfurt, hat heute wär'n starkes Rennen gefahren, ist nicht nur der führende in Deutschland, hat heute auch einen tollen zweiten Platz von Steven's Racing Team, Jannik Gruner. Und auf Platz 1, der hat schon ein, zwei Runden gewartet, hat sich nachgemeldet, in seinem Schwarzen Rücken, sehr unauffällig gefahren, vom RSV, Rheinstand, ganz Wiel, auf Platz 1, Manuel Möller. Soll ich euch an den Kortsport gesenkt, Dankeschön an Manuel Brüder, Dankeschön an Lannik Gruner, an Wolfgang, an Wolfgang, an Wolfgang, wie sind die alle heißen, Dankeschön an den RCN-Sport-Herford, und den RCN-Sport-Herford, Dankeschön an euch, wirklich die Gewinner, war nicht nur der Kortsport, ihr klatscht, unsere Damen, die jetzt für euch der Kortsport gemacht hat, mein Name ist Jannik Gruner, ich sag von mir aus, Dankeschön, schöne Sommer an Ende, gute Frühstiegs Neujahr, tschüss bis dahin, alles Gute, tschüss auf Wiedersehen. Vielen Dank.